Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Video von meinem Kanal. Es geht weiter mit der Lucky Legacy Challenge. Und wir sind wieder hier mit Destiny. Und sie hat ein Problem hier. Da ist es im letzten Part passiert. Ich möchte nicht weiter darüber reden. So, außerdem haben wir eine Katze adoptiert. Pebbles! Also irgendwie, also es ist ein bisschen eskaliert alles. Aber ist okay. Sie ist mit der Nacht wach, weil sie muss pissen. Deswegen lasse ich sie jetzt pipi machen gehen. Und ich bin sehr gespannt, was heute schon wieder alles schief laufen wird. Bin auch gespannt, ob wir heute schon das Kind bekommen. Also in diesem Part. Das Leben ist anstrengend auf jeden Fall. Ich habe für Pebbles gar keinen Kratzbaum gekauft, ne? Wie wäre es, wenn wir das einfach mal tun? Ja, passt schon, ne? Gut genug. Also, ich habe hier ein paar Sachen hinzugefügt, wie ihr seht. Denn das neue Pack kam ja raus. Und ich habe insgesamt drei Sachen gefunden, die wir hinzufügen konnten. Aber wir können natürlich auch noch von alten Sachen Dinge hinzufügen. Also wenn ihr noch irgendwelche Ideen habt. Also wenn ihr euch jetzt zum Beispiel das Dokument anguckt und ihr denkt da so, oh mein Gott. XYZ wäre doch noch voll die Idee. Dann können wir das gerne hinzufügen. Schreibt es mir gerne. Weil je mehr Sachen, desto cooler. Und ja, wir rollen einfach mal. Und ich habe gedrückt und es ist einfach die drei. Entschuldigung. Baue ein Zimmer an. Wofür? Das ist mal for real, for real. Ich weiß vor allem noch nicht mal wo. Ich weiß, das Einzige, was Sinn macht, ist hier oben, ne? Äh, bläh, 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 bläh. Immer zwingen die mich hier Dinge zu tun. Vielleicht mache ich dann einfach ein zweites Badezimmer hier oben hin. Es lohnt sich halt eigentlich gar nicht mehr. Weil wir ja bald schon in der neuen Generation sind. Aber ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr so die Wahl. Tollen, dach, juhu. Ich meine, es wird auf jeden Fall nicht schaden, ein zweites Badezimmer zu haben, ne? Aber ich gebe ihr nicht so ein teures Waschbecken. Und einen Spiegel. Na gut, dann kriegt ihr halt doch einen Spiegel. Das stresst mich sonst. Aber ich gebe ihr einen günstigeren. Aber nur, weil es sonst so leer aussieht. So, jetzt haben wir kein Geld mehr. Yeah, hat sich gelohnt. Naja, wir müssen das tun, was uns das Spiel hier sagt, ne? Faith macht einfach Frühstück, wie süß. I'm really proud of you. Das haben die in unterschiedlichen Tagen Geburtstag, ne? Aber ich glaube, ich werde die trotzdem gleichzeitig altern lassen. Das macht sonst gar keinen Sinn. Süß, sie ruft sogar von selbst die anderen zum Essen. Ich wusste gar nicht, dass das geht. Ich dachte, das muss man immer manuell machen. Möchte sie mit Peace flirten? Also, hallo? Sie ist doch in einer Beziehung, dachte ich. Die 150 Simoleons von der Rente sind auf jeden Fall wichtig. Sie hat richtig Panic Attack, weil sie nicht mehr arbeitet. Oh Mann. Weil sie so gestresst ist, kann sie nicht malen. Es wäre so gut gewesen. Wegen Geld. Und dieses kaputte Dings können wir auch verkaufen. An sich will ich mitgehen? Eigentlich nicht. Und ich habe keine Lust. Auch wenn der Bug jetzt sehr behoben wurde. Stopp. Nimm deine Hausaufgaben mit. Sonst weiß ich wieder nicht, dass es deine sind. Dann, ihr Lieben. Oh mein Gott. Faith hat Angst vor Hausaufgaben. Warum sind die Hausaufgaben so schwierig? Man braucht ewig. Wird Destiny jemals fertig werden? Oder wird sie weiter auf ein leeres Blatt starren? Oh, sie haben beide Angst vor Hausaufgaben. Gut, Sunny chattet erstmal. Wo ist Pebbles? Aber sie ist, glaube ich, nicht vermisst. Sondern sie ist so eine Katze, die manchmal so Freigänger ist, oder? Sie möchte mit dem Moon plaudern. Also, ich kann es schon nachvollziehen. Aber leider ist deine Mom schon länger nicht mehr da. Ich finde es so witzig, dass unser Mieter einfach Wayne the Boulder ist, ne? Sie wird angerufen. Oh. Wir haben herausgefunden, dass Faith heute in die Schuhcomputer eingedrungen ist. Wir wissen nicht, was sie vorhat. Aber wir konnten sie stoppen, bevor sie etwas anrichten konnte. Also, ich wusste, dass Faith sehr schlau ist. Aber was? Aber ich würde sagen, in dem Fall ist es erstmal, eine Warnung sollte reichen. Weil sie richtet ja eigentlich nichts an. Also, bisher hat sie das nicht getan. Wenn sie jetzt nochmal sowas tun würde, dann wäre es vielleicht schon sinnvoll, das zu bestrafen. Aber es ist jetzt einmal vorgekommen und es ist jetzt ja letztendlich noch nichts passiert. Also, verwarnen wir sie einfach mal. Yeah, die fiese Emolions von dem Buch. Es ist Geek-Con. Eigentlich ist das ja voll Sunny's Ding, oder? Können Pebbles mitnehmen. Aber ne. Weil ich meine, sie war ja immer halt so interessiert am Programmieren und so. Und dann kann sie an dem Wettbewerb teilnehmen und dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Geld. Das wäre ja vielleicht mal was. Vielleicht hat sie jetzt ja eine gute Zeit hier. Hi, Girl. Du siehst richtig süß aus. Eliana, Niesen. Okay. Jericho will auch kommen. Oh, hör mal. Aha, let's go. Also, sie kann ja einmal am ultimativen Spieltest teilnehmen. Sie darf gerne Raumfahrttechnik mögen. Das passt halt irgendwie voll zu ihr. Und dann kann sie natürlich gleich noch an der Programmierfähigkeit Wettbewerb Dingstil teilnehmen. Schauen wir mal. Weil eigentlich ist sie ja gut in den Sachen. Geht ja darum, dass sie hier einfach mal eine gute Zeit hat und so, ne? Das Leben bei ihr ist stressig genug. So. Oh, sie hat 30 Punkte? Hm. Das ist jetzt natürlich nicht so viel, ne? Egal. Beim Programmieren wird das bestimmt besser. Das ist ja eher ihr Ding. Vielleicht. Hoffentlich. So wie ich spiele, ist sie Level 4 und Programmieren ist sie Level 8. Also ist definitiv mehr ihr Ding. Wenn sie da nicht gewinnt, weiß ich auch nicht. Als ob das mit dem Einbruch ein Meilenstein ist. Möchte nicht drüber reden. Dann kann sie sich ja vielleicht auch hier was zu essen bestellen. Als ob es hier nur sowas gibt. Egal. Ein Tofu-Würstchen. Gönnt man sich doch. Also die denken sich so, warum sitzt hier eine Omi? Aber hey. Es ist halt ihr Ding. Aber schaut mal. Ihre Bedürfnisse und so. Sie ist richtig happy hier. Das ist einfach ihr Element. Okay. Sunny hat den Programmiermarathon mit einer Punktzahl von 68% abgeschlossen. Ja, hoffen wir mal, dass das reicht. Wäre auf jeden Fall sehr cool. Und danach darf sie gerne den Bau weiter fortsetzen. Weil wenn sie da Spaß dran hat. Es ist halt einfach ihr Tag heute. Self-Care. Oh mein Gott. Der erste Preis geht an Sunny. I'm so proud of you, girl. Ja, aber dann kann sie ja auch nach Hause gehen. Weil ihre Kinder sind jetzt auch da. Wir haben den Raum auch noch nicht markiert. Familie Ernest da. Ein Ball. Toll. Freut sich die Katzi. Okay. Wir verkaufen den hier oben, würde ich sagen. Sind zwar nur 640, aber sie hat ihn sich verdient. Den neuen PC. Auch wenn er natürlich mehr Geld einbringen würde. Das ist mir klar. Aber, ich mein, als Nerd willst du ja auch einen krassen PC haben. Jetzt fühlt sie sich auch gut. Und dann darf sie ein mathematisches Diagramm malen. Wir wollen aber ein bisschen Cash machen hier, ne? Sie fühlt sich ganz schrecklich. Soll sie bitte duschen gehen? Und wenn du so nett bist, kannst du vielleicht mal das Lama putzen? Dann haben alle was zu tun. Oh, Mieterrevolte. Upsi-dupsi. Es ist halt literally nur ein Typ. Und er sauer ist. Ich bin so sauer. Ja. Hi. Wir versprechen natürlich bessere Bedingungen. Ich mein, ich kann verstehen, dass man sich beschwert, wenn man nur in diesem kleinen Haus fummt. Ich hab das gemacht. Oh mein Gott. Last Exception. Hä? Ich versteh mein Leben nicht mehr. Egal. Mal einfach weiter. So. Destiny, was geht bei dir? Entbindung in Fragezeichen, Fragezeichen, Fragezeichen. Uff. Beruhigend streicheln. Das ist vielleicht ne Idee. Pebbles ist für dich da, girl. Die verstehen sich auf jeden Fall auch richtig gut. Das liebe ich ja. Ich hab das schon wieder vergessen. Es ist das beste Bild der Welt. Peace fragt, ob wir rüberkommen wollen. Okay. Wir gehen aber mit Faith. Als ob sie hier wohnt. Aber vielleicht hat sie auch gemerkt, dass man vielleicht erst drüber reden sollte. Destiny ist total verknallt in Peace. Hallo. Du bist in der Beziehung. Wieso ist sie uncaring? Sie ist richtig gestresst. Cosro möchte ne Verabredung. Was will er machen? Ins Eichenfass. Also, weißt du, man geht als Schwangere eigentlich nicht so in ne Bar. Wir sind gerade bei Peace, deswegen bleiben wir vermutlich jetzt erstmal hier. Zumindest für nen Moment. Die hat echt viele Geschwister anscheinend. Aber dann macht's auch Sinn, dass sie in so nem großen Apartment wohnen. Oh mein Gott, die haben hier unten ja auch noch was. Girl. Sie braucht einfach mal ne Auszeit. Also, ich mein, ich seh's auf jeden Fall. Ja, ich glaub, ihr solltet nach Hause gehen. Hat sie richtig gelohnt, der Ausflug. Cassie hat ihr Bild bald fertig. Nice. Was will ihr denn? Kurz vor dem Ausbruch. Ja, es ist gerade sehr stressig. Kann ich schon irgendwo nachvollziehen. Vielleicht sollte sie einfach schlafen gehen. 90? Hat sich ja fast gelohnt. Oh, jetzt hab ich's aus, was sie über sie verkauft. Naja. Okay, alle gehen schlafen. Auch ein bisschen relatable. Es ist 2 Uhr. Wieso bist du schon wach? Ah, Pebbles hat sie aufgeweckt. Pebbles, bitte lass das. Pebbles so, ich hasse dich. Hör auf. Also, Pebbles hat auf jeden Fall Bock belehrt zu werden. Ich merk schon. Okay, ich würd sagen, wir drehen jetzt nochmal. Und es ist die 169. Kaff ein neues Buch. Worüber würde sie wohl lesen? Archäologie fände ich ja auch richtig cool, ne? Was, wenn sie das einfach mal liest? Ah, it's happening. Ich speichere erst mal. Wir machen natürlich mit und wir nehmen natürlich Cosrow mit. Ist ja das normale Krankenhaus. Ist ja langweilig. Ich hab jetzt keine Lust, das zu ersetzen. Hallo, ich möchte mich bitte anmelden. Cosrow ist richtig überfordert mit seinem Leben. Sie hat gar keinen Bock. Und ich kann's absolut nachvollziehen. Ist Cosrow abgehauen? Kannst du bitte kommen? Warum ist Wayne nackt? Okay, Cosrow hat anscheinend gar keinen Bock. Gut, dann nicht. Geil. Es wird schon irgendwie. Hm, der Arzt. Oh, ich bin so gespannt, ne? So, Faith ist zur Schule. Das freut mich sehr. Das wird bei dir jetzt nicht so ganz funktionieren. Es ist ein Mädchen. Oh mein Gott. Wieso kriegen wir immer nur Mädchen? Ich hab mir gedacht. Ich hab keine Vorschläge bekommen. Und irgendwie fand ich es auch sehr, sehr schwer, irgendwie was eigenes zu finden. Ich hab eine Liste mal angelegt mit Namen für meine Babys. Deswegen können wir den ja auch einfach lernen. Ich hab 47 Namen für Mädchen. Okay, jetzt schauen wir einfach mal. Das ist die 25. Marlin. Süß. So, dann markier ich mir das mal. Dann heißt sie wohl Marlin. Süß. Ich hatte kurz Angst, dass es Zwillinge wären oder so. Aber scheinbar nicht. Sie hat ihr erstes Mal ihr Kind auf dem Arm. Crazy. Sie ist natürlich sehr gestresst darüber. Hier, das ist dasselbe. Wir haben es leider nicht geschafft, dass wir sie vorbereitet haben. Vernünftig. Ich hab mich gerade gefragt, wo stellen wir eigentlich das Baby hin? Also in meinem richtigen Zimmer ist es auf jeden Fall schon. Vielleicht muss ich das Zimmer mal ein bisschen umstellen. Ich tausche vielleicht die Betten. Das ist jetzt nicht optimal, aber es wird schon okay sein erstmal. Geh zu deinem Girl. Gott, jetzt spukt es auch noch. Ist der bei uns vor allem? Weil es stand nicht, dass es bei den anderen ist. Uff, 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 uff. Also, wir können auf jeden Fall schon mal einmal drücken. Attempt to bond. Der Direkte ruft an. Ja, das ist jetzt unser größtes Problem, weißt du? Weiß man doch. Sie geht jetzt in Elternzeit. Dann kriegt sie nämlich nicht weiter Probleme. Vielleicht kriegt sie doch Probleme. Schade. Aber sie kann ja nicht heute arbeiten. Hallo? Wie wär's? Ja, nee. Erst wenn du ein Stück gewachsen bist. Das hatten wir letztes Mal schon. Morgen ist Erntefest. Und wir konfrontieren jetzt diesen Geist. Wieso brennt sie, Alter? Das ist alles, was passiert ist? Wow. Kann dieser Geist bitte einfach gehen? Ich hab keinen Bock auf dich. Batsch, sie ist pretty. Wann wird Marlin zum Säugling? Hä? Ist das normal? Auf kurzer Lebensdauer? Das ist am selben Tag noch? Also, ich hab kein Problem damit. Aber es ist wild. Also, wir können sie meinetwegen auch direkt altern. Aber... Dann möchte ich nochmal bonden. Destiny ist jetzt wählerisch beim Essen. Nee, ich lass sie jetzt nicht von selbst. Also, nicht manuell altern, sondern ich mach das dann... Also, sie wird von selber älter. So, das ist das, was ich sagen wollte. Mann. Möchtest du deinen Enkelkind vielleicht kennenlernen? Oh. Oh, das hilft dir voll mit dem Bibi. Das ist gut. Aber eigentlich bist du ja nicht so die Wellnessmaus. Aber ist schon okay. Wenn es ihr hilft, ist es in Ordnung. Wir brauchen jetzt ein bisschen Bonding-Experiences. Das ist... Das ist... Sie ist richtig angeekelt. Oh, jo. Sie ist ja auch noch zimperlich. Oh, super. Pebbles, wieso schläfst du neben einer Pfütze? Jetzt gäbe es hier nicht genug kuschelige Orte. So, Bibi schläft. Destiny lernt jetzt hoffentlich ein bisschen. Ich wollte, dass sie lernt, aber jetzt fühlt sie sich, glaube ich, wieder zu schlecht dafür. Aber Sunny malt gleich nochmal. Sie geht einfach von selbst an das Projekt. Wie süß kann man denn sein? So, jetzt lernt sie aber. Yay. Ist wichtig alles. Faith ist auch zurück aus der Schule und sie ist auch sehr sauer. Hallo, Peace. What up in the club? Peace möchte mit Destiny zum Abschlussball gehen. Nein. Nein. Also freundlicher Basis hätte ich jetzt noch gesagt. Ja, aber nee. Bin in einer Beziehung. Sie hat ein Kätzchen gemalt. Und wie viel bringt das? 300. Let's go. Sie ist einfach sehr traurig jetzt. I'm so sorry. Abfallbeauftragter. Hallo. Sie geht duschen und dann kann sie ja Marlin mal kennenlernen. Wir können nochmal bonden. Schon eine Witzweite der Erziehungsfähigkeit. Holla, die Waldfee. It took a bit of time, but Destiny is now at peace with child. So, und jetzt sag doch mal Hallo zu deinem... Zu deiner Nichte. Ich musste gerade überlegen. Oh. Die hassen sich jetzt gerade richtig. Was ist da los? Die streiten sich richtig. Hallo? Ich glaube, sie ist sehr enttäuscht. Ich bin keine Pflanze. Wah. Ja, vielleicht sollten wir sie jetzt dann doch selbst altern. Weil ich habe Angst, dass ich das sonst nicht mehr schaffe mit dem Umstyling und so. Deswegen machen wir das jetzt nochmal fix. Happy Birthday to you. Oh mein Gott, SMS-Notfall. Warte auf eine Antwort, bitte. So, okay. Marlin, du bist sensibel. Relatable. Hallo, girl. Let me take a look at you. Sie ist zwar nur zweieinhalb Tage, ein Säugling, aber... Trotzdem möchte ich, dass sie süß aussieht. Hallo. Wir machen das mal nicht im Zeitraffer. Ich weiß nicht, ob sie ihrem Kind so eine Bob-Frisur geben würde. Wie wärst du mit sowas? Süß. Nee, ich finde es eigentlich süß. Ne, mal. Diese Sportkleidung hier drin. Säugling, ihr könnt doch nicht mal Sportkleidung haben. Ich hab vergessen, welche Jahreszeit ist. Ich hab neue Sachen runtergeladen. Ich liebe es. Hasi. Oh mein Gott, ist das süß. Ja, da kann ich halt nicht Nein sagen, ne? So, und jetzt noch so süße Sexies. Oh, ich hab's im Besuch. Ist das süß. Das werden wir nie sehen. Aber es ist egal. Für mein Gefühl muss ich das hier trotzdem machen. Cutie. Kann sie bitte ein Hasi sein? Weil ich lieb's so sehr. Imagine, ihr schlaft damit. Ich lieb's. Also, ich wär so into it. Oh mein Gott, ist der Hut süß. Das ist doch nicht mal custom content. Look at this. Diese Fuchsschüchen. I can't. Also, Säuglinge. Also. Auch im echten Leben, wenn ich durch diese Abteilung laufe. Ich denk mir immer so, ich will alles haben. Ich möchte all diese Sachen für Erwachsene. Danke, lieben Hus. Die werden diese Schuhe immer verlieren. Aber egal. Now the cute head. I like it a lot. Wir bräuchten so kleine Stiefelchen. Das wär so süß. Oha, die Mütze geht ja über die Ohren. Was ist denn da los? Säß, süß. She's the bunny girl. Aber wer bin ich? Same. Überlege gerne. Du machst das, glaube ich, eine gute Antwort auf sowas. Was das Problem ist. Passt hier denn so ein Bett rein? Ich weiß nicht, ob das jetzt noch funktioniert. Versuch mal. Oha. Okay. Könnt ihr noch die Tür benutzen? Oha. Okay, alles gut. Dann ist ja alles tutti. Wie süß sieht sie aus. Cosra möchte vorbeikommen. Ja. Aber wenn das hier so funktioniert, dann ist ja alles tutti. Hi, boy. Was ist mit ihm denn? Warum badet er jetzt bei uns? Könnt ihr ja nochmal ein bisschen flirty, flirty. Da sehe ich euch. Ihr seid ja in einer Beziehung so. Aber ihr solltet euch auch nochmal ein bisschen kennenlernen. Wir sollten vermutlich die Babyliege kaufen. Ja, in die Küche macht am meisten Sinn noch, ne? Es ist nicht perfekt. Das ist ja auch nicht so ganz ausgelegt auf ein Kleinkind jetzt noch. Also beziehungsweise ein Säugling. Aber wir kriegen das hin. Ich meine, Samstag werden die beiden eh zu Erwachsenen. Und dann ziehen wir ja eh aus. Also kriegen wir das hoffentlich hin, denke ich vielleicht. So, ich würde sagen, sie kann ja auch einfach mal ein bisschen joggen gehen. Weil sie mag ja Fitness und vielleicht tut ihr das ganz gut. Wenn die kleine Ehe schläft. Häufiger Schluck auf. Okay. Wir können uns ja mal von Cosrow füttern lassen. Ist immerhin unser Dad. Oder wir stellen Marlin ihm vor. Ich weiß nicht, wo diese Interaktion ist. Aber sie kennt Cosrow auf jeden Fall schon. Warum kann er sie dann nicht füttern? Hä? Wieso führt da kein Weg dran hin? Kann Destiny da auch nicht hin? Doch. Ne, kann sie nicht. Scheiße, das funktioniert doch nicht. Manu. Ich meine, wir können sie ja auch hier hinstellen. Ist jetzt nicht schön, aber it will work out for now. Oh mein Gott, wer hat das kaputt gemacht? Egal. Ja, ich glaube, das macht noch am liebsten Sinn. Ugh. Aber jetzt kann sie sich von ihrem Dad füttern lassen. Weil der kommt da jetzt dran. Und sie geht duschen. Bist laut. Okay. Freut mich für dich. Yay. Oh. Also dafür, dass er das Kind eigentlich nicht wollte, ist er schon ganz süß. An der Stelle würde ich den Part aber auch beenden. Ja, also es ist auf jeden Fall wild, dass wir jetzt hier wieder ein Kind haben. Also sehr viel früher als erwartet. Ich bin auch sehr gespannt, ja, ob wir dann mit Marlin weiterspielen und so. Kommt dann drauf an, ne? Bald entscheidet es sich. Es wird alles spannend. Ich sage, wie es ist. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat soweit. Wenn ihr irgendwelche Ideen habt, wie immer, schreibt sie gerne in die Kommentare. Und wir sehen uns dann bestimmt beim nächsten Mal wieder. Bis dahin und tschüss. Bis dahin und tschüss.